Werde ich heute mal den ersten Jumpscare bekommen? Willkommen zurück zu FNAF 2 Was auch immer gerade drüber war von mir, aber egal Wir sind Nacht 5, wir haben es ehrlich geschafft bis Nacht 5 ohne Death Einfach nur weil ich schon weiß wie das Spiel in etwa funktioniert In etwa nur, ja wirklich nur in etwa Hi, letzte Nacht Was ist das? Was ist das? Ich bin jetzt nicht so Fuchs, Fuchs zu kommen Okay. Good night. Leute, nächste Nacht. Ist das hier der Frontyp, nicht den letzten... Achso, im letzten Spiel gestorben. Ist der denn noch? Ist der der Vorgänger des Spiels hier? Ganz vergessen. Irgendwie kommt mir das nicht ganz so vor. Vor allem, wie erklärt das an die River-Charaktere? Ich bin nicht ganz vertraut mit der Story. Nur so ein wenig. Aber nicht sehr. Aber Leute, soweit wir diesen Teil durch haben... Kommt 5-3! Und das 5-3 ist noch ein... Schwieriger? Ich weiß es gar nicht. Hi, Mangle. Das Balloon-Boy hier. Hi, Foxy. How's it going? Hau ab. Okay, Mangle ist weg. Kommt langsam zu mir. Hi! 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 Bye! Und tschüss. Freddy! Hey! Du Big Boy! Was los? Kommt er nicht? Hast du keine Lust? Was ist los mit dir? Doch! Hatt euch nur an. Jetzt kommt er. Nee, Bonny! Bonny! Das fängt doch auch mal. Und wer hat da gerade gelacht? Wer hat gerade gelacht? Warum warst du das? Was? Balloon-Boy? Oh Gott! Wer ist es? Hey, ist noch irgendjemand? Vielleicht drauf rücken. Scheiße, das ist Mangle! Gott! Foxy, 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 Foxy! Scheiße, Meuer! Oh, Puppet, 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 Puppet! Oh Gott, Mütze, 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 Foxy, 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 Puppet, 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 Mütze, 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 okay, Foxy, Foxy, was mache ich hier, Hilfe, meine Batterie ist schon nur noch auf zwei Batterien, äh, meine Flashlight, meine Lampe, meine Taschenhugel. Hi, okay, bye, ich bin nur Freddy, ich bin der originale Freddy, ich sehe hundertprozentig genauso aus, ich bin auch ein Animatronic, so wie hier, braucht mich gar nicht verwandeln, ich bin noch einer, was los mit euch, Das ist ja echt solche Idioten, die sind ja doof, ganz ehrlich, hi, niemand da, jetzt aber, nein, das geil ist aber, wenn ich hier auf die Kamera gucke, verbraucht es keine Flashlight, was ich cool finde. Was glaubt ihr, hab ich besser drauf, von auf eins und auf nach zwei. Oh, hi Freddy. Und, hä, lass mal Freddy, mich mal jumpscared, come on, Leute, ihr wart alle schon dran, dass ich jumpscared aber, ich mal, untersuche. Nee, Freddy war auch schon mal dran, hi Freddy, du hast da ein wenig Axel da rausgehen. Ich würde das vielleicht, äh, zum Optiker gehen, hi, Optiker, hab ich, bin dumm, sorry. Meine Flashlight geht aus, deshalb werde ich jetzt wahrscheinlich sterben. Meine Flashlight ist fast leer, die flackert schon, und es ist erst drei Uhr morgens, das ist absolut kein gutes Zeichen. Ich habe ganz gut tippen, okay. Come on, ich muss auf diesen Dings draufklicken, glaube ich, sonst geht's gar nicht. Schnell, 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 achso, ich kann nicht mehr rausrennen, okay, okay, gut. Hi. Fuck. Bitte. Boah, Loonboy. Ich will seine Balance nicht. Hey. Troy, Freddy. Oh Gott, war das schlecht. Vier Uhr morgens, okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig, sage ich hier. Genau. Ich bin doch schlau. Da kommt, Troy, Freddy. Hey, Mann, das ist Bonny. Wo kommst du, Bau? Ich habe ihn nirgendwo gesehen. Das ist ehrlich, du. Wo kommst du? Oh, 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 Troy, Bonny. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Hi, ist schon eine Folge her. Ich bin zwei. Oder so. Komm, Foxy, Foxy. Nein, nie. Ah, nein. Foxy. Niemand da. Musik, Musik, Musik. Musik, Musik, Box. Hi, Bonny. Oh Gott, Bonny. Hau bitte ab. Ich muss gucken, wann Foxy endlich wieder da ist. Also nicht wieder, endlich. Ich meine, dass er nie wieder kommt. Irgendjemand ist da in der Hall. Ich hoffe, es ist nicht Foxy. Es ist genau Foxy, oder? Wer denn, es ist Foxy. Oh, es ist Freddy immer noch. Hi, Freddy. Nein. Fuck. Ich bin tot. Ah. Tut weh. Fünf morgens. Ich habe extra meine Koffer angezogen, damit ich... ...gar nicht wie eine Pussy wirke. Aber... ...tue ich eh. Ich zitter. Fuck it. Ich mache es nochmal. Ich mache es einfach nochmal. Ich mache es einfach. Ah. Okay, wir sind da. Wir sind drin. Wir sind in, boys. Puppet, 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 Puppet. So. So. Okay, ich habe... Das ist jetzt meine Taktik. Chris, du musst mir sagen, ob ich das gut mache. Für die Leute, die Chris nicht kennen, das ist ein Typ, der die Games schon durchgesorgt. Also er hat zumindest den ersten Teil durchgesorgt, aber er kennt sich gut mit der Serie aus, denke ich. Ah, hi, Foxy. Okay, ich habe immer noch alle Balken. Hi, Foxy. Warum gehst du nicht weg? Hau ab. Nach dieser Folge werde ich mir vielleicht die Kommentare anschauen. Mal schauen, wie ich mich entscheide, wie lange ich aufnehme heute. Das ist 0 Uhr. Aber ich habe mich heute entschieden, um 0 Uhr anzufangen aufzunehmen. Das ist die zweite Folge. Das ist jetzt die dritte Folge. Besser läuft's. Noch nichts, da? Niemand braucht es, zu mir zu kommen. Niemand. Niemand. Bis 1 Uhr morgens und dann geschah es. Links, rechts, niemand, aber da in der Mitte. Kam jemand. Nicht? Okay. Foxy. Fuck, nein. Foxy. Irgendjemand ist da. Irgendjemand ist da. 3, 2, 1. Nein? Was? Äh. Ja. Mangle. Hau ab. Diese Maskenräuche. Ich muss mich etwas konzentrieren, um das zu mir anwenden. Es ist mir da. Wow. Bonnie. Hi. Es gibt Leute, die dachten, dass Toy Bonnie, das die wir gerade gesehen haben, dass er ein Mädchen ist. Die Leute dachten wirklich, dass er ein Mädchen ist. Okay. Keine Ahnung, wie man bei Toy Bonnie denken kann, dass er... Ja gut, okay. Aber dann könnte man das... Na gut, bei Friendly auch nicht. Aber okay, ich verstehe es. Teilweise. Aber ich kann es nicht nachvollziehen. Ich verstehe es, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Warum man das... Ja. Ich würde es hinterfragen, aber nicht denken. Oder sehe ich es falsch? Was meint ihr? Hi. Ich muss Foxy an Flash. Kannst bitte gehen. Bevor du mich anjumpscared. Danke. Oh Foxy geht schon weg. Alles aber sehr lieb von dir. Süßer. Oh fuck. Wind, wind, wind. Up. Up, 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 up. Musik, Musik, Musik. Box, Box, Box. Hi. Musik, box, wind, wind, wind. Ah, ha, 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 lustig, oder? Es war lustig, hier zu sein. Findest du nicht auch? Hallo? Wie geht es Ihnen? Du gehst nicht mehr so gut, wenn ihr da seid. Haut ab. Niemand kann euch leiden. Es gibt keine Menschen sehen, die euch leiden können. Sei da also. Gibt es nicht. Okay. Ich habe noch zwei Batterien. Also eigentlich sind es drei. Oder? Was? Es ist drei. Mein Gott. Bist du weg? Dankeschön. Fertig ist das wohl. Mängel ist wieder da. Hi Mängel. Und hi Chica. Hau ab. Hau ab. Beine ab. Bitte. Bitte ab. Danke. So. Hallo? Irgendjemand? Oh. Schnell, 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 schnell. Ah. Oh mein Gott. Wind, up, wind, up. Wind, sim. Du siehst, sie boxe, up, sie. Hi. Bisher werde ich nicht sterben. Ich werde es versuchen. Mängel, hau ab. Ich will keinen radikus Sound, die ganze Zeit hören. Siehst du, ein schönes Geräusch, was man sich jeden Abend anhören würde? Wollen würde? Was auch immer. Halt's mal. Hi. 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 Bitte bye. Ja, hi. Hilfe. Hi. Und jetzt bye. Oh. Oh no. Hallo. Der geht nicht weg. No. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ah. Ich schaff die Nacht nicht. Warum ist er nicht weggegangen? Warum ist er nicht weggegangen? Ich verstehe es nicht. Warum geht er nicht weg? Ich gucke ihn an, so weiß ich, gucke ihn an. Und was macht er? Hi. Hi Freddy, hi. Willst du meine Ballons kaufen? Nein. Ich will keine Ballons. Machen wir es nochmal. Jetzt haben wir den Jumpscare von alten Freddy und der Puppets gesehen. Das passiert, wenn man die Musikbox nicht auflädt, dann kommt die Puppe, die wird richtig wütend. Die macht dann so, ja. Und dann wird sie richtig wütend und dann kommt sie noch 20, 30 Sekunden auf einen zu. Heißt, man kann sie in den letzten, weiß ich nicht, in den letzten 10 Sekunden ignorieren. Ach lol. Aber ja, es waren letztlich die letzten 10 Sekunden, egal. Okay. Einen Try versuchen wir noch. Okay. Let's freaking go. Dreh, zwei, eins. Okay, ich bin ready. Jetzt mache ich euch dauernd. Ich habe dich umgebracht. Wenn Balloon Ball by the Rain bei euch drin ist, jumpscaught euch nicht. Aber was er macht, er ist ein doppelt, er ist geteamt mit dem hier, mit Foxy. Und zwar, könnt ihr eure Taschenlampe nicht verwenden. Und ihr braucht die Taschenlampe für Foxy. Weil ihm juckt das mit der Maske nicht. Der weiß, dass ich nicht Freddy bin. Ja. Oh, du Doma. Hau ab. Meine Güte, braucht er 10 Jahre. Aber der, aber Balloon Boy ist nicht ganz so schlau. Weil der weiß nicht, ob ich jetzt wirklich Freddy bin oder nicht. Und er guckt lieber nach, bevor er dann das macht, was er und Foxy auch gemacht haben. Scheiße, ich habe schon eine Batterie verschwendet. Noch ganz kurz gucken. Foxy, hi, wie geht das dir? Hi. Wie geht's euch? Hi. Es ist eine morgens. Ich würde gerne, dass ihr abhaut. Ist schon, und ist noch ziemlich, ziemlich früh. Hi, Mango. Hunger. Ich geh zu. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, ob ich für Horrorgips geschaffen bin, aber ich werde mir die Herausforderung stellen, und jedes einzelne Flachspiel durchspielen. Immerhin alle Flächte. Ob ich den Rest mache, mit den Bonuslechten, das weiß ich noch nie. Na, noch nicht. In diesem Spiel habe ich es vor. Aber so noch ein Spiel, wie weiß ich nicht. Was ist schwer? Fluff 4? Da weiß ich noch nicht, ob ich das machen will. Oder machen werde. Will? Ja, weiß ich nicht. Na gut, das war ich auch irgendwie noch nicht. Hi. Hi. Was? Niemand noch? Was? Wer klettert noch rum? Kann immer leise sein. Ja, ist immer da. Let's go. Nein? Was ist los mit euch? Jetzt aber. Oh mein Gott. Fall, Loonboy. Okay, Maus richten. Let's go. Mangle. Mangle, hau ab. Der alte Bonnie. Ne, warte. Der neue Bonnie. Der kommt immer von rechts. Also es ist jetzt andersrum mit den neuen Animatorn. Es kommen immer von anderen Seiten. Aus der Mitte kommt, glaube ich, nur Freddy. Also nur die Freddys kommen, glaube ich, aus der Mitte. Aber ich will es nicht versprechen. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Deshalb vertraut ich mich drauf. Ich denke schon, oh fuck. Nein, Foxy. Foxy, hau ab. Oh, Foxy, Foxy, Foxy. Nein, nein, nein. Musikbox. Nein, hau ab. Ich muss Foxy flashen. Also nicht falsch verstehen, wenn ich flashen. Nee, lustig. Egal. War es halt pervers. Ist mir egal. Ich muss mich drauf konzentrieren, dass Foxy weg ist. Oh mein Gott. Das war schnell genug. Halt's Maul. Das war schnell genug. Pisst euch. Ich muss Foxy flashen. Halt doch all eure Fressen. Nein. Nein. Warte Schisse. Nein. Okay, guys, komm. Einen Schrei versuchen wir noch. Oh, die Puppe. Die Puppet. Wegen der wird gestorben. Aber was hätte ich noch machen sollen. Ich weiß es eigentlich nicht. Okay, wisst ihr was? Ab jetzt mache ich jedes Mal diese Taktik. Und dann leuchten. Foxy hat Priorität. Die in den Schachten mache ich danach. Weil die gehen erst nämlich raus. Wenn ich meine Kamera hochhalte. Wenn jetzt hier jemand ist, ja, dann kann ich einfach chillen, solange ich will, weil ich ja nicht in die Kamera gucke. Ist alles okay. Als ich das frühen Videos gesehen habe, dachte ich immer hier am Lichter. Dann ist das irgendwie so ein, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Halt wie so eine Kamera oder sowas. Ich wusste halt nicht, dass das hier wirklich so ein Gang an darstellen soll. Direkt hier. Ich dachte, dass das hier wirklich ein Gang sein soll. Das sah halt immer so 2D aus. Da dachte ich halt, wie das hier so ein Gang sein soll. Aber es sah schon, dass da wirklich jemand dann ist. Direkt neben mir. Und das habe ich nie gecheckt, aber. Jetzt. Ja gut, jetzt sieht man es nicht unbedingt besser, aber. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass es so das darstellen soll. Was? Was war das denn gerade? Bin ich tot? Sollte ich eigentlich nicht. Warum soll ich tot sein? Hi, Foxy. Reicht. Hi, Foxy. Ein Balken schon weg. Fuck. Okay. Hi. Nein. Okay. Hi. Okay, nicht. Oh Gott, das wird so schlimm in den spätere Nächten. Weil, viele Leute, die es nicht wissen, nach, 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 nach 5. Das ist noch nicht vorbei. Nein. Die lachen euch aus, die Entwickler. Sagt da, ha. Get pranked. Bitch. Das sagt er euch dann. In die Fresse. Es kommen noch viel, viel mehr Nächte. Das ist nur der Anfang. Es ist zumindest nie so ein Spiel. Magel, hau ab. Hi, Foxy. Ich habe nur noch zwei Balken. Okay. Okay, stopp. Magel? Wie geht's dir? Süße. Verpiss dich doch. Hi. Na, wie geht's dir? Nicht gut, weil du da bist. Oh mein Gott, das hat es lange gebraucht. Warum brauchst du so young? Oh Gott, da habe ich mich erschrocken. Ich dachte, ich werde jetzt instant sterben. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Aufladen, 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 aufladen. Es kommt die Pumpe und dann bin ich tot. Nice, voll, ist voll. Ist drin. Das muss alles festgehalten werden. Ah. Mein Gott, hilf mir. Alter, ich dachte gerade wirklich irgendwie mal, komm jetzt rein. Ist das so, was? Weißt du? Wer will jetzt bitte um diese Uhrzeit rein? Es ist... Was? Eine Uhr morgens? Scheiße, meine Batterie geht leer. Muss sparsam sein. Zack. Mein Gott ist drin. Und du bist drin. Hi. Mein Gott. Ich hoffe, ein anderer Uhr nichts. Aber jetzt bin ich froh, dass ich auch ein anderer Uhr nichts höre. Das Hälfte? Okay. Ah, du kommst gefährlich nah, du kommst gefährlich nah. Das gefällt mir nicht. Freddy gefällt das gar nicht. Freddy gefällt das überhaupt. überhaupt nicht. Hahaha. Niemand mag dich. Du ne Scheißkild. Wer dich bitte groß erzogen. Nein. Ich habe ihn auch noch nie gesehen. Na? Was reimt sich? Weiß ich nicht. Oh fuck. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich tot bin. Nein. Scheiße. Ich dachte, ich war schnell. What? Oh verdammt. Ich dachte, ich dachte, ich wäre schnell. Was? Ich war nicht schnell genug. Was erwarten die bitte? Okay, Leute. Jetzt. Finalversuch. Sonst gehe ich pennen. Weil ich habe keine Lust, nach 1 Uhr morgens weiter zu spielen. Ganz ehrlich. Da. Hätte ich bessere Dinge zu tun. YouTube-Charm. Meine Videos. Gute. Man kann auch einfach auf die anderen Seite rausklicken. Ich glaube, okay. Hi, Proxy. Das reicht. Hi, Proxy. Na, wie geht's dir so? Wollen wir Kaffeekränze inhalten? Ist das eine gute Taktik? Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, ich gewinne damit. Fuck, was? Alter, ich bin doch so vital. Grind up the music box, bis sie voll ist und wir dann dance können. Hey. Hey. Ah, ich weiß nicht, warum. Ich weiß noch, warum ich verloren habe. Da. Jetzt habe ich gewonnen. Jetzt haben wir 100%ig gewonnen. Jetzt können wir in das geheime Secret Level aus Marit 4,62. 1 Uhr morgens schon. Das ist natürlich nice. 1 Uhr morgens erreichen wir immer. Wir haben es bis 5 Uhr morgens geschafft. Und dann habe ich mich verdrückt. Wer ist es? Wer ist es? Niemand. Da ist noch niemand da. Was willst du? Jetzt aber. Ich will nicht, dass du mich mit deinem Nicht-Gesicht auffrisst. Kann auch was er machen mit mir. Weil ich wollte mich ja wieder in deinem Suit stecken. Ich habe gar keine Lust drauf. Was, bitte in Ruhe. Okay. Was, bitte in Ruhe. Hi, Hi. Hi, Hi. Besser. Egal. nicht wichtig Foxy ich muss immer noch hier noch da in die Richtung gucken weil da ist mein OBS da sehe ich dann ob meine Webcam und so noch alles läuft oh scheiße das ist schlecht oh Gott na wie geht es euch so hi du hast Mundgeruch warte bitte weg gehen das war ja so lustig an Joke da geht es okay nein oh fucking Foxy warum muss sie gerade jetzt kommen ich wollte gerade sagen scheiße ich muss sparen mit Licht hi Freddy hi 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 bye bitte oh Gott lass mich in Ruhe ich will es schaffen ich will den ersten Stern haben der erste Crest lass mich in Ruhe oh Gott hau hau es ist 3 Uhr morgens Bonnie ich habe schon seit Ewigkeit nicht gesehen hey süßa wie geht es wo warst du so lange ich habe mir Sorgen um dich gemacht Schätzchen du warst immer so nett zu mir du hast mich nie gekühlt die anderen wollen mich alle umbringen Assis oder finde ich auch Assis ey ganz ehrlich what hi Mango verdammt bis zur Mitte ja das hat sich gelohnt du gehst mir diesmal nicht gut stehen wir uns also auch weich snack ein wenig glaube ich tut mir leidt falls es snackt tut mir leidt falls auch meine Webcam hin und wieder mal ich hoffe dass meine Webcam oder Facecam halt nicht mit so einer schlechten Quali ankommt eigentlich sollte es gut aussehen aber ich weiß es halt ich habe noch keine Folge gerendert oder was auch immer gemacht ich mache alles im Stück auf da bin ich schon mal wenn ich was habe da bin ich den Rest der Tage chillen kann und weißen ich meine auch spielen kann super ich bin Minecraft Minecraft ist ein cooles Spiel okay lass mich voll okay hi ich habe das Gefühl ich habe es jetzt nicht doch hi und bye und bye pardon bye ich habe es aber jetzt geht er hoffentlich weg mein flashback geht leider jetzt auch weg aber Dings ist nicht da zumindest ich brauche sie sogar gar nicht gerade ich habe null Balken das ist noch dieses Blinken bling 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 und du will missen hi magst du mich jumpscauen ich aber nicht also lass es bitte ich gebe dir 10 Euro nein gebe ich die nicht NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ich muss die aufziehen jetzt oh mein Gott ich könnte es schaffen Leute ich könnte es schaffen fucking Chica ich habe auch noch nie gehabt noch lange ich mal gehabt fuck Foxy oh mein Gott ich habe es durch in 3 Folgen der bin ich krass yeah Jeremy Fitzgerald geil 100 Euro und 50 Cent Leute so ein Chaos wie sogar noch weniger Geld das hat sich nicht gelohnt verwundert also ich nicht würde es nicht verwundern da würde man da kriegt ein Herzinfarkt oh schau mal hat sogar Farbe diesmal 6 danach haben wir freigeschalt Leute die machen wir in der nächsten Folge das ist fast 1 Uhr morgens ich gehe jetzt schlafen und es klingt ein Turmel es klingt ein also das ist es irgendwie das